Assalamu alaikum. Heute, meine lieben Geschwister im Islam, wollen wir uns mit der ersten Sache beschäftigen, von den drei Sachen, welche einen Menschen retten werden am jüngsten Tag, den sogenannten Munjiyat. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er sagte, al-adlu fil-gadabi wal-rida. Gerechtigkeit im Zorn und in der Zufriedenheit. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er spricht hier über eine Sache, die zu den wichtigsten Dingen im Universum überhaupt gehört, nämlich die Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist al-adl, er ist der Gerechte. Und er verlangt von uns, immer gerecht zu handeln, in allen Situationen. Und deswegen heißt es im Koran, Allah, er gebietet wahrlich Gerechtigkeit und Güte. Eine Ehe, welche jeden Freitag bei der Freitagsprilie am Ende zitiert wird von den Imamen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in einem Hadith Qudsi, einem heiligen Hadith, Ya ibadi, o meine Diener, inni harramtu al-zulma ala nafsi, ich habe mir selbst die Ungerechtigkeit verwehrt. Wa ja'altuhu baynakum muharrama, und habe sie für euch ebenfalls verboten, die Ungerechtigkeit untereinander, dass ihr untereinander Unrecht tut. So tut einander kein Unrecht. Und zwar ganz gleich in was für einer Situation. Ob du nun zürnst, oder ob du gerade in dem Moment zufrieden bist, oder jemanden besonders magst. Ich muss als Muslim immer gerecht sein. Selbst wenn es meinen Eltern gegenüber meinen Eltern sein sollte, oder gegenüber einem Verwandten, oder sogar gegenüber mir selbst, wie Allah subhanahu wa ta'ala es sagt. Es kann Situationen geben, wo ich vielleicht ein Zeugnis ablegen muss, in Bezug auf eine Person, die mir sehr, sehr lieb ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von mir, auch in dieser Situation gerecht zu sein. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat das umgesetzt. Als einmal eine Frau dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, vorgestellt wurde, die gestohlen hatte, und einige Muslime versucht hatten, für sie ein Wort einzulegen, zu denen auch Osama ibn Sayyid gehörte, den der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, besonders liebte. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, vor allem Muslimen, nachdem er sie versammelt hatte, und er war voller Zorn gewesen, bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele liegt, wenn Fatima gestohlen hätte, hätte ich ihr eigenhändig die Hand abgeschlagen. Ich hätte sie bestraft. Warum? Auch wenn es meine Tochter ist, die ich sehr liebe, würde ich trotz alledem Gerechtigkeit walten lassen. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen, die vor euch waren, die Völker, die vor euch waren, sind genau aus diesem Grund untergegangen. Wenn jemand eine Straftat begangen hat, der reich war, angesehen war, dann haben sie ihn gelassen. Aber wenn jemand gestohlen hat, der arm war, dann haben sie ihn bestraft. Und deswegen, meine lieben Geschwister, sollten wir immer schauen, dass wir diese Gerechtigkeit walten lassen in unserem Alltag. In allen Situationen, in allen Lebensbereichen, sollten wir nach Gerechtigkeit streben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag danach befragen wird. Und das Schöne ist, wer gerecht ist, in einer Situation, selbst wenn er zöhnt, wenn er sich vielleicht gerade nicht unter Kontrolle hat, aber trotz alledem dann in sich kehrt und sich kontrollieren kann und gerecht handelt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm am jüngsten Tag auf einem Podest erheben. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass diejenigen, die gerecht waren, in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf ihre Familien, am jüngsten Tag auf einem Podest aus Licht sein werden. Erhöht, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie gerecht gewesen sind. Möge Allah ta'ala uns zu den Gerechten gehören lassen, welche immer gerecht handeln, immer gerecht entscheiden, ganz gleich unter welchen Umständen und in welcher Situationen, damit sie gerettet werden am jüngsten Tag. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.